Jo, hallo und herzlich willkommen liebe Hearthstone Freunde zu einem weiteren Hearthstone Video von mir und zwar ganz kurze Ansage nur, Rastakans Rambazamba ist rausgekommen und dementsprechend gibt es momentan auf meinem Kanal sehr sehr viele Videos zu Hearthstone, deutlich mehr als sonst. Ich power da so ein bisschen rein gerade und ja, ich werde jetzt schlafen gehen, aber 1 Uhr morgens langt, aber ich bin da momentan sehr aktiv und mache da wirklich einige Videos am Tag, nur dass ihr Bescheid wisst. Das würde auch nicht ewig so bleiben, jetzt so die ersten 3-4 Tage, wo das Ganze noch neu ist und ich so richtig Bock habe auf das Spiel und sehr viel spielen werde und ihr wahrscheinlich auch sehr viel sehen wollt, da werde ich sehr sehr viele Videos machen. Aber keine Sorge, das wird sich auch in 1, 2, 3 Wochen wieder so ein bisschen einpendeln. Ich weiß ja, viele von euch, die freuen sich, wenn so viele Videos von mir kommen, weil ihr dann einfach mehr sehen könnt, weil ihr einfach mehr Auswahl habt von dem, was ihr sehen könnt. Aber manchen von euch nervt es auch, weil es so viel ist, was man eventuell gar nicht gucken kann oder gucken möchte. Habe ich vollstes Verständnis für, also es muss auch nicht jeder alles gucken, nur die Ansage, jetzt aktuell ist es ja neu und ich bin gehypt und ihr seid gehypt und deswegen werde ich das ein paar Tage ausnutzen und sehr sehr viele Videos machen. So, ich denke mal eine Woche oder so und dann pendelt sich das wieder normal ein mit einem Heartstone Video am Tag. So, ich hoffe ihr freut euch ein bisschen mit mir zusammen und genießt das neue Rastakans Rambazamba und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder wann auch immer ihr das Video hier seht. Und in diesem Sinne, gutes Gelingen, ich wünsche euch natürlich auch sehr viel Glück in den Spielen und bei den Packs. Ja, und dann bis zum nächsten Mal!